Hallo zusammen, willkommen zu Yoki. Ich bin Marissa und ich habe eine 15-Minuten-Routine für euch, die die Energie in eures Körpers aufwecken wird und in die richtige Richtung schicken wird. Gesunde und starke Energie bewegt sich in spezifischen Mustern in und um den Körper. Doch diese Strukturen können aus der Balance geworfen werden, rückwärts verlaufen oder stecken bleiben, in einer Weise, die uns nicht gut tut. Zum Beispiel, wenn wir unter chronischem Stress stehen, krank sind oder uns in einer negativen Situation befinden. Wenn unser Ski balanciert ist und zirkuliert, ist es viel einfacher, mit dem Fluss des Lebens zu gehen und mehr zu schaffen. Diese Routine wird dir dabei helfen, wieder in Balance zu kommen und dein Ski stark zu halten. Also finde einen angenehmen Platz zum Üben, schließe dich mir an und bewege deinen Ski. Jede Zelle in unserem Körper vibriert. Ein einfacher Weg, mit deinem Körper zu kommunizieren, ist über Pulsation und dies tust du, indem du auf bestimmte Akupressurpunkte klopfst, die entlang der Meridianbahn verlaufen. So lasst uns beginnen, indem wir eine Klaue mit unseren Fingern formen und auf unsere Rippen klopfen. Stelle sicher, dass der Daumen genau auf die untere Brustfalte trifft. Atme durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus. Dies sind die Endpunkte des Milzmeridians. Klopfen an dieser Stelle hält deine Energie stark bei Stress, balanciert Blutzucker, kurbelt dein Immunsystem an, unterstützt das Lymphsystem und hilft der Verdauung. Wenn du einen empfindlichen Punkt findest, klopfe weiter. Als nächstes benutzt du deine Fingerspitzen, um auf die Thymusdrüse zu klopfen, genau im Zentrum des Brustbeins. Dies wird als Thymusklopfen bezeichnet. Nochmal, atme immer durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus während dieser reinigenden Übungen. Das Abklopfen des Thymus steigert deine Vitalität, weckt die Energie des Körpers und unterstützt das Immunsystem. Drücke nun deine Finger zusammen und klopfe auf Niere 27. Der letzte Punkt auf dem Nierenmeridians namens Shufu. Er liegt in dem Hohlraumbereich unter den Endpunkten Schlüsselbeins. Shufu ist ein Verbindungspunkt, der alle Yin-Meridiane beeinflusst, bevor sie zur Yang-Energie wechseln. Nimm ein paar tiefe Atemzüge durch die Nase und atme aus dem Mund wieder aus. Klopfen an dieser Stelle hilft bei chronischer Erschöpfung, gibt dir Energie, hilft für Konzentration und dreht die Energie wieder um, wenn sie rückwärts fließen sollte. Die letzten Klopfpunkte sind die Magendreipunkte an den Wangenknochen unter deinen Augen. Es ist ein Meridian-Knotenpunkt. Es ist toll, um das Immunsystem zu kräftigen und um Schwellungen und Schmerzen zu lindern. Nimm ein paar wohltuende Atemzüge, während du hier klopfst und beachte, ob es unangenehme Empfindungen gibt. Lasse nun deine Hände sinken und spüre, wie dein Körper sich anfühlt. Als nächstes fahre mit den Zehendrachen durch den Wald. Genau, nutze deine Finger, um durch deine Haare zu kämmen, vom Ansatz bis zum Nacken. Dies stärkt die Yang-Meridiane und belebt das Gehirn. Bring dann deine Hände vor deiner Stirn zusammen, krümme deine Finger und drücke alle Fingerspitzen in die Stirnmitte. Drück ein und zieh dann die Finger ein paar Zentimeter auseinander. Führe diese Bewegung fort über deinen gesamten Kopf bis zum Hinterkopf. Dies ist eine tolle Anwendung, wenn du lernst, arbeitest oder dich für einen längeren Zeitraum konzentrierst. Jetzt schüttel deine Hände und Finger aus und lass jene negative oder klebende Energie, an der du vielleicht festgehalten hast, in Mutter Erde abströmen und recyceln. Gut, und nun entspann deine Arme und beobachte, wie dein Körper sich anfühlt. Um lebhafte Gesundheit aufrechtzuerhalten, muss der Körper seine Energien kreuzen. Wenn der Körper erschöpft ist, deprimiert oder krank, wird er damit beginnen, Energie aufzusparen, indem er seine natürlichen Überkreuzmuster verschiebt in homolaterale Muster, die uns signalisieren, dass wir uns ausruhen müssen. Aber manchmal werden wir eingeschlossen in diese angewöhnten Muster. Wir können diese Muster wieder zurücksetzen, indem wir eine simple Bewegung durchführen. Beginn auf der Stelle zu marschieren und schlag moderat mit der rechten Hand auf dein rechtes Bein und die linke Hand auf das linke Bein. Tu das um die zwölfmal auf jeder Seite. Diese Phase 1 kommuniziert mit dem Körper, dass wir uns in einem homolateralen Muster bewegen. Bleib dann kurz stehen und streife deine Hände aneinander ab, als ob du sie abstaubst. Die stellt die Energien wieder um. Nun werden wir sie wieder überkreuzen. Die rechte Hand schlägt moderat auf das linke Knie und die linke Hand auf das rechte Knie. Marschiere so auf der Stelle für um die zwölf Mal. Diese Bewegung fördert das Überkreuzen der Energie zwischen der linken und rechten Hälfte des Gehirns. Die linke Seite des Gehirns kontrolliert die rechte Seite des Körpers und die rechte Seite kontrolliert die linke. In deiner eigenen Übungsroutine kannst du diese Übung so oft wiederholen, wie du magst. Werde nun still und beobachte, wie deine Energie sich anfühlt. Nun werden wir uns leicht ausschütteln. Schüttel sanft deine Handgelenke aus und die Hände bis zu den Fingerspitzen und beginne in die Fersen zu federn und dann in den ganzen Körper. Schüttel dich lediglich behutsam, eine sanfte Vibration. Diese Bewegung aktiviert das Qi und generiert neues Zellwachstum. Schütteln ist ebenfalls einer der schnellsten Wege, um Stress zu entladen. Entspann die Gelenke, die Knöchel, Knie, Hüften, die Wirbelsäule, Schultern, Ellenbogen und die Handgelenke. Genieße das Schütteln. Genieße den Frieden. Werde nun wieder langsamer und kehre zurück zum Stillstand. Genieße den Rebound. Dies ist, was wir als Selbstheilung durch Vergnügen bezeichnen. Eines deiner größten Heilwerkzeuge sind deine eigenen Hände. Atme ein, gleite seitwärts mit ausgestreckten Armen hinauf bis über deinen Kopf. Die Hände berühren sich und gleiten hinab um den hinteren Nacken herum. Dann zur Vorderseite. Streichel deinen Hals wie ein Kätzchen. Die Handrücken treffen sich und gleiten über das Brustbein. Kühlen das Herz, umhüllen die Nieren, reiben die Nieren. Fühle die Nieren der Energie und gleite dann weiter an den Außenseiten der Beine. Um die Füße herum, um den großen Zeh herum, die Beininnenseiten wieder hoch zu den Hüften. Und dann bewegen sich die Hände wieder hoch. Kreuze sie über die Schultern in einer X-Form. Die Hände streichen an den Arm hinunter. Wende die Handgelenke zu einem Lotus und umhülle deinen Nacken, sodass du wieder um deinen Nacken von hinten kommst. Streichel abwärts über deinen Nacken, ziehe die Handrücken abwärts über das Brustbein, umhülle die Nieren und reibe sie sanft. Du brauchst nicht unbedingt dabei, deinen Körper zu berühren. Du kannst die Hände auch schweben lassen und dein Magnetfeld glätten, die Beine hinunter. Hoch zu deiner Leistengegend und komm hoch. Die Arme kreuzen sich, die Hände gleiten über die Schultern, die Arme hinunter, wende sie zu einem Lotus und lege deine Hände erneut um deinen Nacken. Komm herum, streiche über deinen Hals wie über ein Kätzchen und beruhige das Nervensystem. Dann kühle das Herz und massiere die Nieren. Das letzte Mal beuge dich vor und glätte das Qi. Dies ist eine Yin-Massage. Gleite mit deinen Händen wieder hoch und während du deine Empfindungen beobachtest, zentrierst du dich kreisend in deinem Unterbauch. Und nun stelle dich in einer Wu-Gi-Haltung mit deinen Füßen schulterbreit auseinander. Die Hände hängen locker seitwärts. Entspanne deine Knie und Hüften und kippe sanft dein Beckenknochen nach vorne, sodass das Steißbein etwas nach unten sinkt. Dies öffnet das Tor des Lebens in deinem unteren Rücken. Senke das Kinn und stelle dir vor, dass deine Krone verbunden ist mit einer Schnur zum Himmel. Gleichzeitig verwurzele dich in die Erde durch deine Füße. Lass Raum unter deinen Achsel hüllen. Und die Finger sind entspannt und offen, sodass die Energie über die Arme fließen kann. Und dann platziere deine Aufmerksamkeit in deinen Händen. Deine Hände sind wie Saugnöpfe und können schief von der Erde einziehen. Bei der Einatmung lass beide Arme seitwärts hoch schweben, entspann die Schultern, dreh die Hände so, dass die Handflächen zueinander kommen und die Fingerspitzen Richtung Himmel zeigen. Und atme aus, die Hände gleiten vor dem Körper wieder herunter. Atme ein, entspann dich bei den Bewegungen, atme aus und stell dir vor, wie jene toxische Energie, wie dreckiges Wasser von deinem Körper abgespült wird, über deine Beine hinunter zur Erde. Ein letztes Mal sammel himmlisches Qi und atme aus, wasche mit diesem Qi über deine Krone und hinunter über deinen Körper. Die Handflächen zeigen für einen Moment zur Erde und fühle dich verbunden. Nun werden wir einige fließende Bewegungen durchführen, um unsere Aura zu stärken und das Qi zu zirkulieren. Breite deine Hände und Arme zur Seite aus und ziehe dann die Handrücken zueinander hoch an der Körpermittellinie und ziehe einen Kreis nach außen und rumherum. Atme ein, wenn die Arme hochkommen und atme aus nach unten. Da ist eine sanfte Wellenbewegung in der Wirbelsäule, so beuge die Knie und sinke etwas, sobald du abwärts gehst. Atme ein und rolle hoch, Arme nach außen. Dieses Qi Gong ist konzipiert, um das Wasserelement in deinem Körper zu balancieren. Es geht hier ganz um Sanftheit, als ob du ein Springbrunn bist. Bewege deinen Körper wie Wasser und gehe mit dem Fluss. Widerstand zum Fluss verursacht Stress und im Fluss zu sein generiert mühelose Kraft. Atme ein, gleite deine Arme hoch und atme aus, gleite deine Arme wieder herunter. Und jetzt lass uns diese Bewegung mit einem Arm nach dem anderen durchführen. So kreist der rechte Arm nach außen und rumherum und dann kreist der linker Arm nach außen und rumherum. Atme ein, wenn die Hand die Mittellinie hochkommt und atme aus bei der Abwärtsbewegung. Es gibt eine kleine Gewichtsverlagerung und eine leichte achtförmige Bewegung über die Hüften und Taille. Nimm wahr, wie deine Arme achten und deinen Körper zeichnen. Die Aura ist voller achtförmiger Muster und je mehr davon vorhanden sind, desto stärker wird deine Aura. Erlaube dem Qi durch deinen Körper zu pulsieren und zu zirkulieren, durch die Hüften und die Taille. Nimm ein paar tiefe Atemzüge und entspanne dich in sie hinein und bewege den Körper mehr im Fluss statt mit Kraft. Fühle die Formen der liegenden Acht um dich herum. Komme dann zurück in die Mitte und bringe deine Hände zusammen, die Handinnenflächen zeigen zueinander und wir gehen zum nächsten Ablauf über. Nochmal, breite die Arme nach außen aus, die Handrücken zeigen zueinander und dieses Mal schiebe nach vorne und forme dann einen großen Kreis, sammle Qi und halte den Ball. Atme aus, die Arme gehen zu den Seiten, atme ein, wenn du hoch rollst, atme aus, schiebe nach vorne, atme all den Weg herum wieder ein und komme in die Mitte. Entspanne dich hinein und wenn du nach vorne schiebst, senke deinen Brustkorb und sammle Qi von überall um dich herum. Dieser Ablauf heißt den Tiger umarmen und zum Berg zurückkehren und synchronisiert unsere innere Energie mit unserer Außenwelt. Der Tiger repräsentiert unsere innere Kraft und der Berg repräsentiert unser Zentrum des inneren Friedens. Schau mit jeder Bewegung, ob du dich noch etwas tiefer entspannen kannst. Sobald du die Bewegung äußerlich kennst, kannst du beginnen, dich von innen heraus zu bewegen, indem du deiner Intention erlaubst, die Bewegung durchzuführen. Qi steigt auf, Qi fließt aus, Qi dehnt sich aus, Qi fällt und Qi verteilt sich. Nochmal sammle Energie, lass sie los, erweitere deine Vision und komm zurück in die Mitte. Halte den Ball hier und pulsiere auf diesem Schieball für einen Moment. Spüre die Energie zwischen deinen Händen und lächle. Dies ist deine einzigartige Lebensenergie. Sei dankbar für sie und stell dir vor, dass die Energie in deinen Händen weißes, pures Licht ist. Dann nimm diese Energie und platziere sie in deinem Unterbauch. Nimm einen schönen tiefen Atemzug und dann drehe die Hände so, dass die Innenflächen nach oben zeigen und wir beenden diese Übung, indem wir die Energie zentrieren. Hebe langsam den rechten Arm in einer Halbkreisbewegung über den Kopf und dann wieder über die Mittellinie zu deinem Zentrum zurück. Dann wechsle. Der linke Arm kreist hoch und dann wieder die Mittellinie zu deinem unteren Dantian zurück. Dies wird als Zentrierung bezeichnet und ist ein wunderbares Qigong, um unsere Übungseinheit zu beenden. Der untere Dantian ist unser energetisches Reservoir. Dort speichern wir all das gute Qi. Wenn unser Verstand im Unterbauch verankert ist und unsere Energie zentriert ist, fühlen wir uns balanciert und konkurrent mit unserer eigenen Kraft. So atme ein, sammle deine Energie und atme aus, bringe sie hinunter in dein Kraftreservoir. Du kannst diese Bewegung zu jeder Tageszeit ausführen, immer dann, wenn du fühlst, dass du mehr Zentrierung und Erdung brauchst. Ein letztes Mal zum Kreieren und Lenken des Schieflusses. Wir werden unsere Übung beenden, indem wir unsere heutige Energiearbeit versiegeln. Das Konzeptionsgefäß verläuft ab dem Perineum vom Schambein zu den Lippen und wir werden die Energie verschließen, sodass du dich schützen kannst vor negativen Energien. Halte deine Finger an deinem Schambein bei LG2. Die Hände zeigen zu deinem Körper und fahre sie nun deine Körpervorderseite hoch bis zur Kinnhöhe. Wir tun es nochmal. Die Finger auf das Schambein und verschließe die Energielinie, als ob du eine Tür an deinen Lippen verschließt. Ein letztes Mal. Ziehe sie wie einen Reißverschluss hoch und verschließe deine Energie gut und sicher. Zum Schluss platziere einen Mittelfinger in deinem Bauchnabel und einen Mittelfinger an deinem dritten Auge zwischen deinen Augenbrauen und wir werden den zentralen Meridian stabilisieren. Drücke beide Finger mit mäßigem Druck hinein und ziehe dabei gleichzeitig sanft hoch. Nimm drei tiefe Atemzüge hier. Spüre, wie dies ein Gefühl der Balance und innerlichen Stärke erzeugt. Komme mit den Füßen abschließend zusammen. Verschränke deine Daumen ineinander über deinem unteren Dantien und erlaube deinem Körper, sich sanft zu wiegen und zu schwanken, wie ein Bambus im Wind. Du kannst kreisförmige Bewegungen nach links und rechts machen. Erlaube dem Chi dort hinzugehen, wohin es gehen muss, um den Körper zu heilen. Entspanne deine Muskeln und erspüre das Gefühl von Verwurzelung über deine Beine und eine Flexibilität im Oberkörper. Dies ist dein lebendiger, atmender und resilienter Körper und dein bester Freund. Entspanne deine Bemühungen und beobachte, wie dein Körper weiß, wie er in Balance kommt. Lächle deinen Körper an. Lächle die Natur um dich herum an. Und nimm das Gefühl von Balance und Harmonie mit in den Rest deines Tages.